Polizei, bitte machen Sie die Tür auf. Sie wissen selber, dass Sie schon ganz lange einen Ausweisungsbescheid haben. Mama! Mama, die Tür auf! Ich will nicht in einem Flüchtling sein. Und das ist die Hut. Deine neue Pflege, Mama. Hallo. Wir haben unsere eigene Nutzer, unsere eigene Wohnung. Oskar Lili. Oskar, ich werde dich finden. Egal, wo sie dich hinbringen. Wir haben es richtig schön für dich gemacht, gell? Dass du dich wohlfühlst und dass du dich... Jetzt hörst du das. Ja, wo ist das Fleisch? Oskar, wir sind Vegetarier. Kann ich ja nicht Vegetarier sein, der auch Fleisch is? Jetzt sei es so, doch, Alter. Das wird schon. Ich will, dass es dir gut geht, Oskar. Ich will auch, dass es dir gut geht. Meine Erfindung für dich. Und wie geht's mit Zittern? Wunderbar! Liebe Mami, Hab gehört, dass es dir schneller gut geht, wenn es uns auch bestens geht. Mir geht's bestens gut. Wenn die Sonne durchscheint, ist es ein gutes Zeichen. Ich will, dass es dir gut geht, wenn 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 es dir gut geht. Untertitelung des ZDF, 2020